Messe lassen wir mit runter. Alle Mühen haben sich gelohnt. Endlich sind wir am schiefen Turm von Pisa. Wunderschön. Und Gewitter geht auch gerade runter. Passend. Das ist ja super. Das ist ja super. Sag es nochmal. Das ist super. Ich bin fasziniert. Da hat sich die ganze Bühne gelohnt. Bespätung. Alter. Warte mal, du musst dir ein Foto von mir machen, oder? Ich mache gerade ein Video. Machst du ein Live-Video? Ja, live-Video nicht. Die sind oben die Leute angekommen. Ja, die haben ja Online-Karten bestellt. Die kommen jetzt links da rüber. Die sind oben ge Empire. Die sind oben hin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.